Was geht ab, Leute? Wir sind wieder einmal Patrick und Devin. Sag Hallo Patrick. Hallo. Jo, und unser nächstes Video, das ist unser zweites, ist das Spiel Eerie. Es ist kostenlos, Downloadlink geben wir euch auch wieder mal. Die Macher von diesem Spiel waren Uta Gameforge von der Universität Uta. Und jo, jetzt denke ich, beginnen wir mal. Heute spielt Patrick, wie ihr vielleicht merkt. Ja, und dort oben sind wir gekommen, hier ins Wasser gehen. Und hier stehen schon mal Missionen und Aufträge. Ja, und so, wir sollen reakt... Ach, Alter. Wir sollen reaktoren, was? Wir sollten an die Reaktoren, die anscheinend kaputt gegangen sind, wieder in Betriebssetzen und so abzuhauen. Und hier rumlaufen, ja, die Bildhose. Oh, nein. Hier kann man so umschreit sein. Ja, von der Grafik her ist es echt schlecht, oder? Ja, würde ich mal sagen, wirklich schlecht ist die Marfik, ja, das stimmt. Gibt Schlimmeres. Jetzt spiele ich hier ein bisschen Kanalraten. Ja, okay. Kanal. 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 T腿. Yeah, so mois übertrisch, Mama. Bowith Professor, wow. Boat hope, wow. Warte mal, dachte man. What the fuck. B cablesoppels évidemment 곳it tennis. Jetzt ist der Alarm losgegangen, Hain. Also bestimmtcoins hat. Halle zer 7000 dedikrt, oder? Wer Berndierung, hm... Links oder rechts, links? Links, links. Iks, okey. Ah, passt in Ordnung. Ich means sicher. Ah, nicht eins. Jo, I got one. 隨vlandi bien. down. Also mit Shift, piedsving ennend texto da, kann man springen wo was ist dort der Alarm wurde ausgeschalten das ist schön wir sind noch wir sollten zwei wir haben zwei von neun Seiten gefunden keine Ahnung was ein Red Cross Ort ist ein sollte er um schlüsse gemeint ist werden wir aus dem Haus finden dieses Geräusche mag ich nicht nein was 3 die es mit dem oder die anderen Prozent er hat das möglich die in der Welt Arter Prozent in der Kostelle Klappler also wie es jetzt haben wir links also steht ja eine von acht schwarzen katzen gebunden und schauen ob ihr sieben der restlichen aufbinden ich weiß nicht ich glaube das ist nicht unbedingt das ziel des spiels sondern ich glaube wir müssen nur die reaktoren wieder in betrieb zu setzen von der missgeburt also immer das ist erwischt zu werden es geht ja glaube ich habe ich auch mal ein monster hier ist jemand am wenn ich das richtig am weinen ja ich mach das nicht oh Katze oh Katze ja zwei von acht Katzen so das wäre fast nicht das was du denkst nein oh das ist eine Nase ah genau eine Nase oh du bist doch primitiv ja hier war ich ja das sind zwei Augen und eine Nase also ich will da nicht runter auch durch das ist scheiß Treppe runter haben wir da nicht schon mal nein das war ein anderer komische Dinge auch den meisterschlüssel Master Key so wie ihr seht haben wir hier Black Cats zwei von acht gefunden Prisoners Cut and Cell Cat jetzt denke ich mal wisst ihr was es heißt ich mach das bereich mit oh mein Gott und schon das erste Mal oh mein Gott was oh what the fuck ich glaube das wäre dann mal die Missgeburt kommt das nochmal ja geh da durch Prozent 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 da auch vor Ort und war weiter es ist recht Prozent 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 aber er ist ja nicht was der Prozent Prozent Du hast die Mischgeburt verarscht, gut gemacht. Ja, B***! So, ja. Was wär's? Hörst du noch ein Geräusch von einer Missgeburt? Ha, nicht gut. Nein, zacken. Oh, ein, Satz, auf dir. Ah, blablablablabla, blablablabla. Wehmchen! Ah, das ist in drei, drei Schlüssel. Oh mein Gott. von flips bewegt sich das missgebotten ding wort gut ja ich glaube wenn auf den seiten etwas geld markiert wurde die müssen wir schalten ja also wenn etwas gelbe auf den seiten markiert ist glaube ich müssen wir das lesen und ich denke ich mal nicht du hast echt was und in der breite ja das jörg hat er gehört hat er kann und da und auch ja da geht es ja weiter Nein! Andere Seite! Da! Da auch! Das machst du super warte! So, ja! Oh, Katzen gebunden! Wunden drehen! Oh, da! Oh! Fail! Oh, komm! Komm schon! Das machst du noch mal! Wir haben erst zwei Katzen! Ja! Wie willst du sie? Eine der Muschies! Wir müssen wiederholen, ja? Ihr könntet uns mal schreiben, was wir als nächstes Gameplay machen könnten, wenn ihr wollt! Au, au!